Zum ersten Mal machen wir auf der CES eine Weltpremiere von einem Fahrzeug. Das ist eine Neuheit hier und mit dem Ultimate Mobile Device haben wir unser MBUX, unser Connected Car Operativsystem, weiterentwickelt mit neuen Featuren wie Energizing Coach, auch intuitive Gestenbedienung und andere Use Cases, die jetzt MBUX als Erweiterung anbietet. Also, das Auto ist das Ultimate Mobile Device. Das Wichtige beim Interior Design war das User Interaction System und natürlich den Fahrarbeitsplatz in einem Seamless zu integrieren. Das heißt, wir haben das Auto um den Menschen herum designt. Der sehr erfolgreiche Vorgänger des heute hier gelaunchten CLA hat seit seiner Markteinführung 2013 bereits mehr als 750.000 CLA Coupés und CLA Shooting Brake verkauft. Wir haben ihn entlang unserer neuen Philosophie designt sinnliche Klarheit. Das heißt, wir haben die Linien reduziert. Das Auto ist komplett ohne jegliche Linie gezeichnet. Es ist nur skulpturiert mit Licht und Schatten und das macht eben genau das Auto aus. 2018 haben wir als Mercedes-Benz Cars mehr als 2,4 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit neuerlich zum achten Mal in Folge unsere eigene Absatzbestmarke erhöht. Und dieser Wahnsinnserfolg macht uns sehr zuversichtlich, dass wir mit dem hier gelaunchten CLA diese Erfolgsstory weiter fortsetzen werden.